Wir brauchen einen Präsidenten, der in der Lage ist, verloren ganges Vertrauen wieder in das höchste Staatsamt zurückzubringen. Und das wird ihm zu 100 Prozent gelingen, davon bin ich fest überzeugt. Und was erwarten Sie sich für die nächsten fünf Jahre von ihm? Große Reden, manchmal auch streitige, damit aber immer auch Denkanstöße und darauf freue ich mich sehr. Ich glaube, dass er jemand ist, als kluger Kopf sehr gut intellektuelle Beiträge leisten kann zur aktuellen Situation in Deutschland, weil ich denke, dass die Gesellschaft im Augenblick auch im Umbruch ist. Da ist er ein sehr guter Mann und ich halte ihn auch für einen sehr gut integrierenden Menschen. Joachim Gauck steht für, wie kann es weiter, für die Freiheit. Er ist ein liberaler Geist, der wirklich die Menschen nochmal mit der Politik versöhnen wird. Deswegen freue ich mich außerordentlich, dass Joachim Gauck heute Bundespräsident wird. Schafft er das, von Ost nach West, von Nord nach Süd, alle zu überzeugen? Auf jeden Fall. Also wer ihn live erlebt, sieht, dass er wirklich sehr, sehr überzeugend ist. Ein hervorragender Redner, eine tolle Persönlichkeit. Also wir können stolz auf solch einen Bundespräsidenten sein. Ich finde, Herr Gauck bringt genau das, was wir brauchen. Er ist ein überzeugender Demokratielehrer und er kann auch sehr gut den Zusammenhang zwischen Freiheit und Verantwortung unseren Bürgern erklären, lebendig erklären, sodass sie ihn auch für sich als ganz wichtig begreifen. Und was erwarten Sie sich für die nächsten fünf Jahre von ihm? Ich erwarte mir, dass er sehr streitbar durchaus auch sein wird, glaube ich. Und ja, so die wirklichen Konfliktfelder in unserer Gesellschaft auch anspricht. Gerade auch das Spannungsfeld zwischen Freiheit und Sicherheit, Freiheit und Gerechtigkeit. Ich glaube, da können wir auch durchaus interessante Debatten erwarten. ein schlechtes Bild von Rusia, wie sie sich jetzt hier entwickelton.